Hallo und herzlich willkommen. Heute widmen wir uns den fünf Axiomen von Paul Watzlawick. Für ein klareres Verständnis und eine optimale Vorbereitung auf eure Prüfungen stellen wir zu jedem Axiom zwei prägnante Beispiele vor. Auf geht's! Was ist eigentlich ein Axiom? Ein Axiom ist eine grundlegende Annahme oder ein Grundsatz, der als gegeben oder selbstverständlich betrachtet wird und nicht weiter begründet oder bewiesen werden muss. Es dient als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen und Schlussfolgerungen in einem bestimmten Theorie- oder Wissensbereich. Das erste Axiom von Watzlawick lautet, man kann nicht, nicht kommunizieren. Was heißt das? Selbst wenn du schweigst, kommunizierst du. Deine Körpersprache, Mimik und sogar dein Schweigen senden Botschaften aus. Beispiel 1 Du sitzt jemandem gegenüber und sagst nichts, aber du wirkst verärgert. Auch ohne Worte sendest du eine Botschaft. Beispiel 2 Du gehst an jemandem vorbei, ohne ihn zu grüßen. Auch das ist eine Form der Kommunikation und kann als Desinteresse oder Ablehnung interpretiert werden. Das Wichtige hierbei ist, du kommunizierst immer, ob du willst oder nicht. Es ist gut, sich dessen bewusst zu sein und zu überlegen, welche Botschaften du senden möchtest. Das zweite Axiom besagt, dass jede Kommunikation zwei Seiten hat, den Inhalt und die Beziehung. Der Inhalt ist das, was du sagst. Die Beziehung zeigt, wie du es meinst. Beispiel 1 Dein Chef lobt dich mit den Worten, gute Arbeit. Das ist der Inhalt. Aber wenn er es sarkastisch sagt, ändert sich die Beziehung. Beispiel 2 Ein Freund sagt, du siehst müde aus und schaut dabei sehr besorgt. Dann zeigt er durch seine Mimik, dass er sich Sorgen um dich macht. Es ist wichtig, beide Seiten der Kommunikation zu sehen und zu verstehen, um Missverständnisse zu vermeiden. Das dritte Axiom dreht sich um Ursache und Wirkung in der Kommunikation. Oft denken wir, unser Verhalten ist eine Antwort auf das des Anderen. Aber der Andere sieht es vielleicht genau umgekehrt. Beispiel 1 Du denkst, ich reagiere so, weil du immer so laut wirst. Aber der Andere sieht es vielleicht so, ich werde nur laut, weil du nie zuhörst. Beispiel 2 Ein Kind sagt, ich mache meine Hausaufgaben nicht, weil du immer schimpfst. Aber die Mutter denkt, ich schimpfe, weil du deine Hausaufgaben nicht machst. Es ist wie ein Kreislauf. Anstatt nach dem Anfang zu suchen, sollten wir erkennen, dass beide Seiten zur Dynamik beitragen und überlegen, wie wir besser miteinander umgehen können. Das vierte Axiom teilt Kommunikation in zwei Arten, digital und analog. Digital ist das, was du sagst, also die Worte. Analog ist, wie du es sagst, also deine Körpersprache, dein Tonfall und deine Mimik. Beispiel 1 Jemand erklärt dir etwas und benutzt dabei viele Handbewegungen. Die Worte sind die digitale, die Handbewegungen die analoge Kommunikation. Beispiel 2 Du erzählst einem Freund von deinem Tag. Deine Worte sind die digitale Kommunikation. Aber wenn du dabei lächelst oder besorgt aussiehst, ist das die analoge Kommunikation. Es ist wichtig, beide Arten der Kommunikation zu erkennen und zu verstehen, um die gesamte Botschaft zu erfassen. Das letzte Axiom spricht über die Dynamik in der Kommunikation. Es kann ein Gleichgewicht geben, wo beide versuchen, auf derselben Ebene zu bleiben. Oder es kann eine Ergänzung geben, wo einer führt und der andere folgt. Beispiel 1 Zwei Freunde, die sich ständig Geschichten erzählen, um den anderen zu beeindrucken, haben eine symmetrische, also eine im Gleichgewicht bleibende Kommunikation. Beispiel 2 Ein Lehrer gibt Anweisungen im Unterricht und die Schüler folgen ihnen. Das ist eine komplementäre, also sich ergänzende Kommunikation mit einem dominanten und einem untergebenen Teilnehmer. Es ist gut, diese Dynamiken zu erkennen und zu überlegen, wie sie die Kommunikation beeinflussen. Die fünf Axiome von Watzlawik zielen darauf ab, grundlegende Prinzipien menschlicher Kommunikation zu skizzieren. Sie helfen, Kommunikationsprozesse zu verstehen, Missverständnisse zu erkennen und effektiver zu kommunizieren. Wir hoffen, dass ihr dieses Kommunikationsmodell gut verstanden habt, da wir die Beispiele kurz, einfach und anschaulich gehalten haben. Abonniert gerne unseren Kanal und verpasst keine wichtigen Themen für eure Prüfungen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch alles Gute, euer Team von Kuluk Lernmedien.